hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video ja wir sind heute wieder im ls9 unterwegs auf der gräber und ja wir dreschen heute weiter genau im letzten video haben wir ja fällt 15 und fällt 12 abgeerntet und jetzt ist heute fällt 11 und fällt 13 dran ja wir fangen mit 11 an ja wir dreschen jetzt erstmal ab ja genau und ja genau so machen wir das heute im video genau und ja ich habe die zeit auch bisserl vorgespult für die wo es wundert ich habe es bisschen vorgespult weil wir genau also es wäre jetzt noch dunkler gewesen und so weiter wie im letzten video genau deswegen habe ich die zeit auf den nächsten tag vorgespult 13 21 ist jetzt schon über die nacht und in der früh kann man irgendwie nicht dreschen da da ist die meldung wieder gekommen dass das noch zu nass ist und so weiter deswegen habe ich die zeit noch ein bisschen weiter vorspulen lassen müssen aber es sollte jetzt auch kein so großes problem sein genau ja für alle am samstag also letzten samstag kam ein 5m stream da war ich auf platinite dp unterwegs ja für die wo zugeschaut haben ihr konntet es sehen die für die anderen ich musste den stream wieder offline nehmen also privat habe ich den jetzt gestellt das problem war oder was als problem ja das problem war es war dort eine party das habe ich sowieso schon bewusst dass eine party ist und die musik habe ich auch schon kurz dass es keine im copyright freie musik ist also da war überall copyright drogen deswegen musste ich den stream gleich nachdem ich off gegangen bin musste ich den auch komplett runter nehmen das wusste ich aber schon im vorhinein genau also für die wo sich wundern wo der stream hin ist der ist privat gestellt genau ansonsten muss ich mal schauen ob ich öfters jetzt 5m bringen werde oder nicht das muss ich mal schauen weil irgendwie 5m ich weiß nichts ich also ich wenn ich 5m live gehe ich weiß nicht ob das so gut passt und so weiter ich werde wahrscheinlich nächsten samstag werde ich wieder ets oder mit ets oder alles live gehen kann natürlich auch sein damit ich wieder mit 5m live gehen werde aber das muss ich erstmal noch so schauen auf jeden fall am mittwoch kommt dann wieder ein ets 2 video um 16 uhr da könnt ihr auch gerne einschalten wieder und ja ganz normal geht es wieder weiter freitag kommt dann wieder ein alles 19 video und dann samstags oder besser gesagt nächsten samstag oder diesen samstag hat der wo jetzt kommt da kommt dann wieder ein ets 2 video und eventuell das muss ich aber erst noch schauen ob ich das noch schaffe und so weiter eventuell werde ich jetzt auch eine tutorial reihe anfangen wo ich euch erkläre wie ihr am besten obs einstellen könnt oder einstellt das ja wollte ich jetzt auch noch anfangen entweder diesen sonntag oder nächsten sonntag wann die videos kommen werden weiß ich noch nicht aber ich hätte gesagt so also wöchentlich kommen die dann ja genau als erstes wie man obs runter lädt und so weiter schritt für schritt werde ich da dann videos bringen ich weiß nur nicht noch nicht wann ich damit anfangen werde ähm genau aber falls ihr fragen jetzt schon zu obs habt könnt ihr die gerne in die kommentare schreiben dann ähm beantworte ich die euch im ja in dem video wo ich ähm in dem in der tutorial reihe erkläre ich euch das dann auf jeden fall wahrscheinlich werde ich auch noch mal ein tutorial zu 5m bringen wie ihr das richtig installiert weil da gibt es auch immer mal wieder probleme ich hatte ja da selber probleme damit und eventuell stell ich euch meine maus und tastatur ähm genauer vorher in dem video ähm weil da ist mir auch aufgefallen bei meiner maus ähm den treiber zu finden also ich habe jetzt keinen treiber gefunden für meine maus ich muss musste den treiber von meinen alten pc auf meinen neuen pc rüber ziehen ähm ansonsten ja weil es halt im internet nicht mehr den treiber für die maus gibt oder keine ahnung ich habe den jetzt nicht gefunden ich habe jetzt schon länger gesucht nach dem treiber schon seitdem ich den neuen pc habe suche ich eigentlich schon den treiber und ja jetzt habe ich das halt einfach von meinen alten pc auf den neuen rüber gezogen und jetzt habe ich auch wieder den treiber drogen also ja vielleicht bringe ich euch auch mal so ein ähm ja oder besser gesagt zeige ich euch meine maus und tastatur mal ein bisschen genauer aber das weiß ich noch nicht ob ich das bringen werde auf jeden fall das obs tutorial die tutorial reihe kommt auf jeden fall sicher ähm wann die kommen wird ich ja entweder diesen sonntag oder nächsten sonntag fängt es an äh wie gesagt wann es ähm wann ich die videos dann immer hochladen werde weiß ich noch nicht also sonntags logischerweise aber wann am sonntag weiß ich noch nicht und dann erkläre ich euch natürlich auch wie ihr tippe stream einstellen könnt wie ihr ähm stream elements gibt es noch es gibt so viele sachen äh die werde ich euch dann nach und nach alles schön erklären und ja genau dann fahren wir mal abtanken so da ah ja dauert das mensch 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 wie voll ist denn der schon okay naja jetzt zwei rein glaube ich müssen wir nur noch fahren dann ist das völlig fertig und dann geht es auf fällt 13 geht es dann das ist ein bisschen kleiner aber ein bisschen doof zum dreschen sage ich jetzt mal und dann glaube ich im nächsten video entweder dreschen wir dann noch fällt fünf und sechs oder wir fangen an zum häckseln da drüben steht schon der weiß mal schauen so auch wieder mal schneidwerk runter und dann ab geht's da brauchen wir jetzt nicht die ganze schneidwerk breite nehmen weil wir müssen sowieso nochmal fahren deswegen reicht es so wenn wir so fahren können wir eigentlich auch mal ein bisschen in der innenansicht fahren genau ja und wenn euch die videos gefallen könnt ihr gerne ein abo und ein like da lassen und die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen ähm ja würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr ein abo da lässt die glocke aktivieren liken wenn es euch gefällt ähm genau so dann sind wir jetzt gleich fertig übrigens das silo wo ihr jetzt da seht äh wo ähm die plane schon drüber ist ähm da haben wir ähm 70 prozent verdichtet oder ne gegärt ne war ja doch glaubt heißt es gegärt okay ja 70 prozent äh ist es fertig sage ich jetzt mal gegärt glaube ich ja ähm das können wir bald den kühlen verfüttern da wird dann auch ein video dazu kommen halt aber nächstes werden wir wahrscheinlich den mais häckseln oder halt den raps äh auch fällt 5 und 6 dreschen so dann sind wir gleich mit feldöl fertig dann geht es wie schon gesagt auf feld 13 ja dann geht es auf feld 13 da müssen wir einmal noch stehen bleiben einmal zurückfahren da schauen wir mal kurz so jetzt und dann geht es auf feld 13 ja das letzte video war auch wieder eigentlich schon zu lange wieder ähm ja ich versuche damit ich jetzt äh dieses video jetzt genau oder was heißt genau eigentlich ui 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 na warum geht denn das nicht runter ich habe ja schon die tasse gedrückt mensch naja dann fahren wir auf jeden fall da das einsammeln müssen wir auch also was heißt ansammeln wir werden ja doch einsammeln vor allem haben wir noch genügend da vorne dann werden wir das so einsammeln und dann ja verkaufen wahrscheinlich und dann müssen wir mal anhalten und zurückfahren ja der der ähm teleskopler steht halt da jetzt auch sehr sehr gut da dann fahren wir ein bisschen ins feld rein aber jetzt und da wäre auch ein riesen stück sage ich jetzt mal wo wir auch ähm ab mähen könnten ja auch ja auch bisschen was auf jeden fall wo wir dann ähm mal ab mähen könnten äh zum äh äh Fürs Füttern, äh, für die Kühe zum Füttern. So, dann fahren wir nochmal da rum. So. Dann hätte ich gesagt, fahren wir nochmal das Stück zurück, dass wir nochmal in die Richtung Feuer fahren, weil das hat ja, das Feld hat ja da so, ja keine Ahnung, so Stufen drinnen, sag ich jetzt mal. Und das ist halt doof, wenn wir jetzt von der anderen Seite kommen, weil dann wissen wir nicht genau, ähm, wie weit wir da jetzt, ähm, reinfahren können, sag ich jetzt mal. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wahrscheinlich sowieso nicht. So, jetzt wird. Okay, das wäre genau, ja, das ist genau die Breite, da halten wir jetzt auch mal an. Warten wieder bis alles, ja, ja genau, jetzt, und jetzt fahren wir von da los. Okay, da fiel es ein Stück anscheinend. Haben wir das nicht angesehrt oder ist das, keine Ahnung, kaputt gegangen oder so. So, auf jeden Fall dreschen wir jetzt. Ja, das passt ziemlich gut von der Zeit. Ich glaube, das Video wird echt fast, oder, ja genau, 20 Minuten. Und, ja, dann mit ETS muss ich mal schauen, ob ich dann, ähm, wieder auf der ProMod fahren werde. Oder vielleicht auf die 1.40, ähm, in die Open Beta wieder, ob ich da fahren soll, weil da schauen halt die Lichter schon echt geil aus, so. Aber ich würde halt auch gerne in Multiplayer fahren, ist das Ding. Deswegen muss ich mal noch schauen, ähm, was, oder, ja, äh, wie ich das mache, ob ich auf der 1.40 Open Beta fahre. Oder, ob ich weiterhin die 1.39, äh, Multiplayer halt fahre. Das muss ich mal noch schauen. So, müssen wir den Drescher, ich glaube, den Drescher müssen wir nochmal abtanken. Also, dann haben wir das auch, die Bahn. Dann fahren wir nochmal, ja, wir müssen den, wahrscheinlich, so wie es gerade ausschaut, müssen wir den nochmal abtanken. Ja. Ja, ich wollte jetzt auch nicht die Straße dreschen. Also, dann sind wir jetzt, wie viele Bahnen werden es noch, drei wahrscheinlich. Also, ohne der, wo wir jetzt fahren, werden es noch drei. Und dann, äh, sind wir schon wieder fertig für heute. Und dann geht, wie schon gesagt, am Mittwoch weiter mit ETS 2. Und dann am Freitag kommt dann wieder ein LS19-Video. Und am Samstag kommt dann wieder ein ETS 2-Video. Und eventuell kommt am Sonntag dann auch noch ein, ähm, Tutorial-Video, äh, für OBS. Für alle, die, wo es interessiert, ähm, oder auch vielleicht, äh, mit Streamen oder YouTube oder Twitch anfangen wollen. Ähm, weil OBS, ähm, nutzen die meisten so. Und kann, das kann man halt für Twitch, YouTube, für Videostreams, alles, für eigentlich alles kann man OBS hernehmen. Für private Aufnahmen, für Clips, für alles eigentlich. Und ja, genau deswegen, mache, werde ich da so eine Tutorial-Reihe, ähm, starten. Wie lang die gehen wird, wie viel verschiedene Tutorials es geben wird, weiß ich jetzt noch nicht, logischerweise. Ich werde aber erstmal so mit den einfachen Sachen anfangen. Und dann werde ich halt immer, ähm, kompliziertere Sachen, ähm, erklären, und so weiter. Damit ihr erstmal das Grund, also, OBS alleine kapiert. Und dann, ähm, wird's dann komplizierter, nach und nach, wird's halt dann komplizierter, logischerweise. Ähm, genau. Bloß, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Also am Anfang werde ich erstmal, wird es downloaded, ähm, richtig öffnen, und so weiter. Richtiges Mikro auswählen, richtiges, ähm, Headset auswählen, und so weiter. Das werde ich als erstes erklären, ähm, wie ihr mehr, oh, ja, da hab ich, da hab ich jetzt nicht aufgepasst. Hab zu viel mit OBS, äh, klabert. Und auf einmal waren wir voll. Ähm, ja genau, das erkläre ich euch dann, wie, äh, wie, äh, wie ihr, äh, mehr Audiospuren, äh, ins Video bringt, und so weiter. Ähm, ja, das erkläre ich euch am Anfang alles erst, und dann kommt der schwierigere Zeug, sag ich jetzt mal. Ähm, ja, und ich glaube, der Hänger, ja, ist gleich voll. Das macht jetzt nix. Ähm, wir befüllen den Hänger jetzt, bis wir, also bis der Hänger komplett voll ist. Der wird jetzt, ja, voll sein. Und, ähm, ja, dann, äh, werde ich den danach, nach dem Video abtanken, ja. Und wir fahren jetzt noch die zwei, oder die eineinhalb Bahnen weiter, also ab. Dreschen wir noch schnell, und dann war's das mit dem Video. So, dreschen wir schon mal runter, alles Mögliche. Und, ja, genau, mit OBS, ähm, ich fange halt mit leichten Sachen an, und wir steigern uns dann sozusagen immer. So, aber, jetzt sind wir echt gleich fertig. Wir sind schon, ja, wieder über 20 Minuten, aber nicht so viel über 20 Minuten, das passt. Und, ja, letzte Bahn, fahren wir jetzt noch schnell. Und dann war's das. Warum geht denn das nicht drunter, Mensch, jetzt? Ja, dann will ich auch schon wieder sagen, was ist mit diesem Video? Ähm, morgen kommt kein Video, aber am Mittwoch kommt dann wieder ein ETS2-Video. Am Freitag dann wieder ein LS19-Video, und am Samstag dann nochmal ein ETS2-Video. Immer um 16 Uhr. Und dann am Samstagabend bin ich dann auch live ab 20 Uhr, ähm, genau. Dann, ähm, euch, ähm, noch viel Spaß, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 !